Oh mein Gott, ich bin auf dem Boden. Was ist das? Wir haben zwei Attack-Kadys, ja? Mark, wen du... Ah, du bist noch nicht drin, ne? Ja, ich komm gleich. Ich muss hier noch eine Zahl gut einstellen, dann bin ich ready. Mike, kommst du rein? Ja. Du bist du. Ah, da hat es einen Kollegen dabei. Unser Squad ist jetzt voll. Mein Gott, ach so, das steht halt. So ein Abfucker, Alter. Ah, was steht da ein eigentlich, Mark? Wofür, was steht da ein? Hä? Was steht da ein? Weiß nicht, was Mark einstellt. Die scheiße Einstellung für, wenn man zu Fuß unterwegs ist. Ah. Das fühlt sich einfach so scheiße an. Dieses Ganze, wie sich das verhält, Alter. Dieser Stick Acceleration. Also scheiße, Alter. Unser Hebe is down. Wir haben wieder den Superheimd. Schön. Carl, wie ein? Siehst du noch was, Bro? Hm, ja. Aber das schießt doch runter. Da hast du ein Fahrzeug, ne? Das ist auch Infantrie, Bro. Ja, ich glaube, jetzt habe ich was gefunden, das... Oh, zwei Little Bird. Ne, ein Little Bird. Komm, Bro. Little Bird habe ich, okay. Mach weiter. Was ist das? Panzer ist da. Overcraftable. Ich bin schickend. Rückzug. Panzer ist auch unter uns. Da. Ab ihn. Uh. Sauber. Delta 1, siehst du was? Hm, da hinten. Fahrzeug, ne? Gönn dich, ne? Noch mehr oder was? Nein, er belebt ihn wieder. Oder? Nicht mehr. Ich weiß was. Okay. Der andere doch. Dann greifen wir Bora Bora an, oder? Okay. Wo unser anderer Heli angreift. Ja. Ja, das war da nix. Oh, oh. Oh, oh. Nein. Der liegt uns genau da dazwischen. Wir restituieren die Pläne. Holding Sektor. Da sehe ich nichts. Das ist die Manifest, ey. Gar nix. Aber besser auf offene Fälle. Ja. Oh, oh. Aber die sehen uns, die Wichser. Ja, na klar. Wer sieht uns nicht? Ich gehe lieber auf C1 oder so. Ja? Hm. Da verstecken Sie sich in diese Scheiß, die machen. Okay, komm. Achso, ja. Alpha 2, komm. Alpha 2, schnell. Gib den Deckung. Ja, okay. Das ist ein Heli. Egal. Ich brauche eine Deckung, bis Sie die einnehmen. Hatte. Geh die hinter uns. Oh mein Gott. Ja, der hat uns gefickt. Ja, ja, okay. Boah! Ich habe einfach hingeschossen ohne zu schauen, Bruder. Ich habe auf unser Leben geschossen. Bro, ich habe den drei Raketen gedrückt, sonst wären wir tot. Oh Gott, glaub mir. Ah, es sind sie trotzdem. Schau, von wo. Von wo? Von wo? Andere Seite auf Bepa 3 irgendwo. Was? Hm. Hörstück. Ich glaube das nicht. Ja, hab ich. Ja. Unser Heli ist auch wieder down. Alpha 1, oder was? Ne, das ist die Fährung, ja. Hey, Wufu, du meinst doch, man kann einen Spot wechseln. Mach mal nur einen Spot auf. Geht leider nicht. Ja, Fährung, das ist von da. Ja, das ist der. Der, ja. Oh, superhand. Oh, oh. Unter uns. Noch nicht schießen, lass mich auch versuchen. Okay, Feuer frei. Abgesprungen. Das war's. Jawohl. Warum, das ist wohl superhand. Oder irgendwie gut. Wie ist das? Und? Keine Ahnung. Nicht von F1. Dann F2. Alles klar. Wir suchen und zerstören, over. Das ist Jeff. Das ist ein Stinger? Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Oh. Das ist ein Stinger, Tom. Das war gerade neben mir. Hey. Hm? 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 Also, gut. Brauchen die auch einen Schi, oder was? Weiß noch einer. Mach noch 500, ist recht vorbei. Na ja, ja. 500 ist recht vorbei. Also, spiel das erste Mal mit diesen Jungen, weißt du. Weißt du, wie ich ihn kennengelernt habe, Bro? Nehm. Na bloß. Fick. Du bist so an. Wie geil, wie geil. Und auch, wie geil, wie geil du dich gefreut hast, das zu erzählen. Weißt du, wie ich ihn kennengelernt habe? Fick dich. Einfach fick. Du hast die ganze Lage gefickt, Digga. Da drinne. Hast du ihn? Jawohl. Ja. Und, Tanks noch? Ihr auch? Okay, alle tot. Nein? Ist noch was? Nein, alles noch. Oben noch, tot. Hier rechts. Immer noch F2, das kann doch nicht sein. Okay. Wir sind in dem Haus. Jet. Noch 400 Tickets, Mark. Ah. Immer noch F2. All the sectors are now under our control. Tsk. 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 Okay, ich mach's kurz und knackig. Ich hab mit dem Dogfight gemacht, den gefickt, das hochgeladen und der hat das eiskalt gesehen. Auf YouTube. Dogfight. Little Bird unter uns, genau. Ich hab den Arsch gerettet, den Arsch. Der Snapper. Was siehst du? Der Panzer, die Gegner bei 1. Ja, hol sie dir. Boah, die scheiß Tür. Ich hab den rausgeschossen, also, ja. Ja, gut. Krass. Wie viel Tickets noch bei euch? Um 300. 300. Ja, nehm mal mit. Nehm mal mit, hab ich ja. Jawoll. Nehm mal mit. Wenn uns schon so... Ja, wenn der uns schon den Arsch hält, Bro. Tank. Nehm mal mit, Bro. Jawoll. 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 Noch ein Little Bird. Noch ein Little Bird. Ja, nehm auch mit. Wir sind nicht lederisch. Käpt'n Acham. Und der Fett ist selber. In der Muschi ist ein Fahrzeug. In dieser Spalte, der kommt jetzt hier hochgefahren. Ja. Ich warte auf ihn. Komm, 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 komm. Ach. Hallihallo. Oh, scheiße. Jawoll. Hast du zerstört, oder? Ja, ja. Werner rausgesprungen? Nein. Nein? Aber werner anscheinend. Okay. Ist der eins, oder was? Jo. Ich bring die Spalte rein, Bro. Aheli. Komm, Bro, komm, Bro, komm, Bro. Und weiter geht's. Wo ist er, wo ist er, wo ist er, wo ist er, wo ist er? Wie bei uns? Ja. Ja. Das weiß ich nicht, von wo. Ja, bestimmt von C1. Ich geh in den Schlitz rein. Die Deutschen, oder was? Ja, ja. Boah, krass. Und weg. Weißt du was? Wir greifen lieber von Delta an. Hier ist besser. Hier habe ich Schutz, weißt du? Ich komme jetzt eh alle hier in die Richtung. Jetzt haben wir Platz, sie ist raus. Hier ist einer raus. Wo ist er hingegangen? Little Bird? Fick dich, du scheiß Dinger, Hohensohn, Alter. Fick mich nicht, die kleinen Bastarde. Oh, wir haben hinten alles verloren. Da sind es zwei, oder was? Wir haben die ganze Seltier verloren, heftig. Heft, oder was? Wir kaufen Fahrzeug auf uns. Ich muss kurz Kohlen holen. Okay, Bro. Schreib doch, Mann. Einer ist raus. Okay. 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 Passt. F1 drum? Ja, vom Berg auch. Rapp hier. Wieder da auf dem Berg, wo der war? So schnell? Okay, ein Jet kommt oder was? Nein, 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 nein. Echo 1. Da sind schon welche. Hier auf der Seite. Mehrere mit Stinger. Okay, das ist gut. F2, ja. ja 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 erster erster ja fragst du noch oder was ja dank dir ich weiß guck mal danke bitteschön diesmal waren die bei uns ne die mit dem superhine und trotzdem sind wir erster bruder verstehst du klar wir sind zu zweit Platz 7 ja man